So liebe Leute, Low Carb und Vorhof flimmern, da wurde jetzt ein Zusammenhang gefunden und das ist ganz schlimm und deshalb schreiben mir ganz viele Leute immer. Gerade auf WhatsApp noch eine Nachricht bekommen und auf Facebook wieder 20.000 Nachrichten. Ich dachte eigentlich, dass ich sowas schon mal erklärt habe, dass man mit solchen Nachrichten doch sehr vorsichtig sein sollte. Schaut einfach mal selber in die Studie rein, was da eigentlich gemacht wurde. Gerade bei dieser Studie jetzt mit den Low Carb und Vorhof flimmern, sollte man sich mal angucken, was da als Low Carb definiert wird. Die Bereiche, die sind dann bis 46% oder sowas noch Low Carb. Das heißt, jemand, der noch 45% Kohlenhydrate konsumiert, der ist bei denen noch Low Carb unterwegs. Das ist natürlich völliger Quatsch grundsätzlich, weil immer noch die Kohlenhydrate dann der hauptsächliche Energieträger sind. Das ist alles High Carb dann. Und deshalb das als Low Carb zu betiteln, ist total dämlich. Dann sollte man sich angucken, wie weit diese Gruppen da auseinander waren. Das heißt, die haben dann von 45% bis 50% haben sie Low Carb gesagt oder bis 45% Low Carb. Dann 45% bis 50% war dann Moderate Carb und ab 50% war dann High Carb. Ja, so ungefähr. Und die Gruppen sind so eng zusammen. Wenn da einer nur mal eine Tüte oder eine halbe Tüte Chips mehr gegessen hat, als er angegeben hat, ist er eigentlich schon in der anderen Gruppe wieder. Also völliger Quatsch. Dann wurde das Ganze nur durch Fragebögen quasi erfasst und auch von den entsprechenden Untersuchern dann auch noch geschätzt. Was haben sie denn eventuell gegessen? Also völliger Quatsch eigentlich, das Ganze dann wirklich so als Beweis zu nehmen, dass Low Carb Vorhoof flimmern hervorrufen würde. Was man eher vermuten könnte, wäre zum Beispiel, dass die Leute, die übergewichtig sind in dieser Studie, dass die, die sich in Anführungsstrichen Low Carb ernähren mit 45% Kohlenhydraten, dass die eher sowas rauslassen wie eine normale Cola und sich eine Cola Light gönnen. Das bedeutet, die sind mit den Kohlenhydraten etwas niedriger, aber sie sind grundsätzlich krank, deshalb lassen sie die Kohlenhydrate etwas raus und nehmen lieber eine Diät Cola. Und deshalb entstehen dann diese entsprechenden, wie Vorhoof flimmern oder ähnliche Dinge oder ähnliche Erkrankungen. Das heißt, solche Korrelationsstudien sind niemals ein kausaler Zusammenhang und deshalb steht auch bei diesen ganzen Studien und bei ordentlichen Beiträgen, wenn ihr nicht irgendwo bei Fokus oder so guckt, auf einer Ärztezeitschrift, steht ganz unten drunter, ganz klar drin, dass das auch wirklich nur eine Korrelation ist und dass man hier wirklich nichts darüber sagen kann, ob das Ganze denn jetzt wirklich so ist. Heißt also grundsätzlich, wenn solche Studien kommen, müsst ihr euch Folgendes anschauen. Und zwar, was wurde dort eigentlich gemacht? Ist das nur eine Korrelation? Dann könnt ihr eigentlich schon, wenn nicht mindestens so 200% Unterschied sind zwischen den Gruppen, das heißt, wenn jetzt eine Low Carb Gruppe mit maximal 10% Kohlenhydraten dann ein 200%ig höheres Risiko gehabt hätte an Vorhoof flimmern oder was auch immer, dann wäre das Ganze schon ein bisschen eindeutiger gewesen als jetzt sowas. Das heißt, Korrelation ist nicht kausal zusammenhängend, ganz klar. Kann an vielen verschiedenen anderen Faktoren liegen. Zweitens wurden Fragebögen benutzt oder wurden die Leute wirklich dauerhaft begleitet, mussten sie immer anrufen, was habe ich gegessen und so weiter. Wenn Fragebögen gestellt wurde, ihr könnt ja jetzt mal aufschreiben, was ihr das letzte Jahr so alles gegessen habt. Das wird ein bisschen schwierig. Denn da gab es Phasen, wo ich dann mal auf Mallorca war, wo ich dann auch mal zu McDonalds gerannt bin, mehr Kohlenhydrate hatte. Da gab es aber eben auch sehr lange Phasen, wo ich voll ketogen unterwegs bin. Und dementsprechend sehr schwierig, das dann auf Dauer eben auch so zu sagen, oder nicht? So, dann müsst ihr euch die Frage stellen, ja, was war eigentlich der Sinn dieser Studie? Welche Faktoren wurden noch mit einberechnet oder ausberechnet? Das heißt, wurde mit berücksichtigt, dass die Leute oder wurde mit rausgerechnet, wer zum Beispiel Raucher ist? Weil Leute, die sich dann eben, wie gerade eben schon gesagt, tendenziell vielleicht eher weniger Kohlenhydrate haben, etwas weniger, die eine Diät-Cola trinken, dass die halt übergewichtig sind und dann dadurch sich vorstellen, eben abzunehmen. Solche Sachen muss man berücksichtigen. Sind es Raucher? Sind es Leute, die keinen Sport treiben? Solche Sachen sind extrem wichtig, um dann eben auch zu gucken, hat die Studie das berücksichtigt oder nicht? Und eine ganz wichtige Sache, man sollte sich immer angucken, wer hat diese Studie gemacht? Denn in einigen Fällen ist es dann eben so, dass gerade bei einer Studie, die jetzt auch rauskam, wo dann entsprechend ein Hamburger mit Fleisch gegenüber einem Hamburger mit einem Veggie-Burger, dass da das Fleisch total schädlich war und dann guckt man sich das an und stellt fest, die Fleischgruppe, die durfte aber Kaffee trinken mit Zucker drin, die Veggie-Gruppe hat einen Tee bekommen. Und dann denke ich mir schon, das ist doch überhaupt gar kein Vergleich, Fleisch gegen Pflanzen, wenn ich dann dem einen Kaffee mit Zucker gebe, wo dann Zucker drin ist und Koffein und dem anderen nur einen Tee gebe. Solche Sachen. Und dann guckt man sich an, wer hat diese Studie gemacht? Das war eine Frau, die macht die ganze Zeit nur vegane Studien. Oh Wunder, oh Wunder, dass dieses Ergebnis dann entsprechend rausgekommen ist. Also solche Sachen müsst ihr dann auch mal unter die Lupe nehmen und im Endeffekt muss man sagen, dass zu dieser Studie Low Carb und Vorhofflimmern das Ganze mehr heiß gekocht wird und natürlich wieder vorgebracht wird von irgendwelchen Leuten, die Low Carb schlecht machen wollen, was aber überhaupt gar kein Beweis ist. Also wirklich gar nicht. Also nicht mal irgendeine Tendenz, dass man sagen könnte, okay, da sollte man vielleicht doch mal ein bisschen weiter forschen. Nicht mal das. Ja, also das ist wirklich reiner Bullshit, der hier gemacht wurde. Und manchmal verstehe ich auch nicht, warum solche Studien dann auch in der breiten Masse veröffentlicht werden. Aber manche Leute wollen halt Low Carb dann schlecht machen. Und, äh, klar, vielleicht wurde es von Kellogs gesponsert. Ich weiß es nicht. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Davon ist nicht zu halten von dieser Studie. Völliger Bullshit. Und, äh, dann hat sich das auch mit den Fragen erledigt. Also ich hoffe, ich konnte eure Frage zu der Studie zumindest so beantworten. Ich möchte auch keine Studienanalyse mehr machen zu so einem Ding. Ihr könnt es aufgrund der Sachen, die ich jetzt gesagt habe, einfach selber mal durchgucken, wenn euch das interessiert. Und einfach mal die Sachen im Hinterkopf behalten. Das war's. Schreibt einen Kommentar unten rein. Alleine für den Algorithmus. Habt ihr die Studie bekommen, irgendwo gelesen? Habt ihr dann auch Angst bekommen? Einen Daumen nach oben nicht vergessen. Und wenn ihr mich mit solchen Videos unterstützen wollt, schreibt es gerne in die Videobeschreibung. Und natürlich auch schaut in die Videobeschreibung. So wollte ich das eigentlich sagen. Bis dann.